Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar setzen wir die Infamous Serie fort. Wir zocken Infamous 2, die Fortsetzung vom ersten Teil. Wer hätte es gedacht? Unglaublich. Was kriegt man, wenn man ein geiles Spiel nimmt, eine gute Entwicklerfirma heransetzt und eine Fortsetzung machen lässt? Richtig, ein verdammt geiles Spiel. Und das ist Infamous 2. So sieht es nämlich aus. Infamous 1 war ein extrem gutes Spiel. Infamous 2 ist ein noch viel besseres Spiel. Spiel 2011 rausgekommen, auch von Sucker Punch natürlich. War zum Beispiel Murphys Lieblingsspiel 2011, hat er auch im Jahresrückblick gesagt. Also aus dem Grund, das muss schon was heißen. Das Geile an der Sache hier ist, ihr seht hier schon auf dem Bildschirm, setzen Sie die Story von Infamous 1 fort. Gutes, böses Karma. Ja, ich habe Infamous 1, ja, mein Let's Play erfolgreich abgeschlossen jetzt. Deswegen fangen wir direkt mit dem zweiten Teil an und wir setzen es einfach fort mit bösem Karma. Das ist nämlich extrem geil, dass sie diese Games so verworren haben, weil man wirklich einfach Boni auch kriegt. Ich kriege jetzt Energiekerne dazu, wenn ich Trophies im ersten Teil gesammelt habe, dann kriege ich mehr Erfahrungspunkte für den Anfang und einfach Vorteile fürs Spiel schon mal. Das finde ich schon mal extrem geil, dass sie sowas einbauen. Sowas gibt es leider in viel zu wenigen Spielen. Sowas gibt es in Mass Effect, soweit ich weiß, auch. Mass Effect, Mass Effect, whatever. Mass Effect, extrem köstlicher Scheiß. Mir fallen aber spontan nicht arg viel mehr Games ein, wo es das auch noch gibt. Ist auch völlig egal. Setzen Sie die Story von Infamous 1 fort mit bösem Karma. Das machen wir. Ich werde natürlich hier auch wieder auf böses Karma gehen. Ah, okay, genau. Jetzt steht es ja auch dran, was für Boni wir haben. Böses Karma. Beginnen Sie Infamous 2 mit bösem Karma der Stufe 1. Jetzt ist Hauptmission abschließend. Beginnen Sie Infamous 2 mit zusätzlichen XP und mit größerem Energiespeicher. Also im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Finde ich einfach so genial. Und das machen wir direkt auch mal. Gleich mal zum Anfang was in den Arsch geschoben bekommen. So ist geil. Los geht's. Infamous 2. Ich habe gearbeitet. Vor allem um meine Eltern zu ärgern. Ich war einer, den man nicht bemerkt. Nur ein Typ, der Leuten Pakete bringt, die keiner kennt. Bis eines Tages ein Paket mich fand. Tausende starben. Fünf Häuserblocks zerfielen zu Schutt. Und mittendrin... ...war ich. Am Leben? Aber verändert. Niemand konnte ahnen, was dann kam. Damals stand Empire City unter Quarantäne. Es war am Ende. Andere Leute mit Kräften tauchten auf. Und ich musste alles aufklären. Herausfinden, wer mir das Paket gegeben hatte. Und warum. Sogar mein bester Freund wandte sich ab, um selbst Kräfte zu kriegen. Und am Ende fand ich den Verantwortlichen. Kessler. Er erklärte mir alles mit einer Zukunftsvision. Eine Bestie würde kommen. Ein Monster, das nur ich töten kann, sofern ich stark und bereit dafür bin. Einen Monat später traf ich Lucy Kuo. Sie wusste alles über die Bestie. Sie war da, um mich vorzubereiten. Sie sagte, ihr Freund Dr. Wolf würde an einem Strahlenkugelprototypen arbeiten und könnte meine Kräfte verstärken. Ich müsste nur mit ihr nach Numeray kommen. Ich brauche diese Kräfte. Die Bestie kommt. Aber sowas von bereit werden wir sein. Also die Story geht wirklich direkt weiter bei dem Spiel. Die ist knallhart. Gleich das erste Schiff? Die Frau hat Beziehungen. Das wird eine ganz kurze Sache, Mann. Ich werde reingehen, hol mir ein paar neue Kräfte und komm wieder zurück. Komm schon, Mann. Entspann dich doch mal. Wir fahren nach Numeray. Ich muss wieder hier und bereit sein, wenn er auftaucht, Sieg. Glaub mir, Cole. Nach der Arbeit mit Dr. Wolf wirst du bereit sein. Arbeit? Langsam, Kuo. Wenn wir da sind, arbeiten wir an den drei M's. Mojitos, Möpse und mechanische Bullen. Natürlich. Meine Herren, ich habe das Gefühl, ihr erkennt das Ausmaß dessen nicht, was hier eigentlich los ist. Wow. Was ist hier los? Der Controller hat vibriert. Keine Angst, Kuo. Alles cool. Leider doch, mein Freund. Leider doch. Verdammt nochmal. Sehen Sie mit dem Rechtsstick nach oben. Geht direkt los. Mit dem extrem genialen Matrix-Effekt hier. Fuck yeah. Wir hatten eine Abmachung. Das Schiff legt ab. Bleib locker. Ich habe genug Zeit. Das ist McGrath. Bam. Scrap, bitches. Da bin ich. Wenn der Sound noch nicht ganz stimmen sollte, wird es bei den nächsten Folgen natürlich nachjustiert, wie immer. Das soll aber einigermaßen passen. Scheiße, Junge. War das eine Badewanne? Wow, 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 wow. Also, das Game ist auch kein Blind Run. Ich habe auch in dem Game schon Platin. Soll aber trotzdem natürlich kein Grund sein. Oh, shit. Jesus Christ. Ich habe es jetzt auch eine Weile nicht mehr gezockt. Fuck you, Junge. Da ist er. Die Bestie. A token, a token. Hallo, ich bin's. Oh, Cole. Oh, Gott. Warum? Goddammit. Also, wir sind momentan noch in Empire City. Wollten eigentlich gerade ablegen nach Numeray. Steh auf, Mann. Aber, naja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Kam die Bestie früher als erwartet. Das ist Bullshit. Dass die Leute sich nie an Zeitabmachung halten können. Oh, oh. Oh, oh. Dude. Hinter dir. Ja, genau da. Ja, du, ich weiß. Okay, los geht's. Fuck you, Bestie. Komm schon. Jawoll. Ähm. Dude, nein. Fuck. Das Vieh ist echt heftig, Mann. Das Geile hier an das Abo. Wir schweben jetzt in ihrem Sog sozusagen mit, Mann. Das ist voll gut. Das gibt's nicht nur einmal in dem Game. Also, es gibt wirklich sehr, sehr viele Neuerungen in dem Spiel. Oh, Jesus Christ, nein. Ah, fuck. Und auch einfach verdammt gute Neuerungen, muss man sagen. Ah. Uh. Ja. Wie ein Osterheil habe ich dich aufgeschlagen, Junge. Osterheil ist zwar vorbei, aber was soll's. Oh mein Gott. Aber ihr seht schon, es ist ein... Oh, fuck. Einfach nur ein... Zeig ihm, was du kannst. Okay. Hadouken. Von oben. Alles Gute. Komm. Von oben. Haha. Jo, Spiel ist zu Ende. Bestie tot. Ich seh's. Dankeschön, Sieg. Ich weiß. Boah, fuck. Vor allem das Spiel sieht natürlich auch viel besser aus, muss man ganz klar sagen. Der erste Teil sah jetzt ja auch nicht schlecht aus. Hier hat sich grafisch natürlich auch nochmal was getan. Ich find auch, Cole, Sieg und so weiter sehen auch einfach viel cooler aus, noch als im ersten Teil. Ah. Nein, nein, nein. Ja, zu früh gefreut, würde ich sagen. Auch wenn sein Kopf weggeschmolzen ist, wie ein Mars-Riegel in der Sonne. Ah. Nein, Mann. Ah. Wow. Die Bestie hatte mich besiegt. Meine Kräfte gebrochen. War das das Ende? Fast hoffte ich es. Die Bestie hatte sich wieder gesammelt. Und jetzt ist Empire City... tot. Unser Schiff floh. Gen Süden, nach New Marais. Die Leute hielten Abstand, ob aus Respekt oder Furcht. Ich weiß es nicht. Es war egal. Ich war allein. Andere beschäftigten sich mit alltäglichen Arbeiten, als würde das die Welt in Ordnung bringen. Aber ich wusste es besser. Ich hatte Kräfte, um die Bestie zu töten. Ich war stark. Ich war bereit. Ich hatte ihr alles entgegengesetzt. Und es reichte nicht. Das musste sich ändern. Am nächsten Tag fing ich an. Ich arbeitete mit Sieg an einem Gerät zur Bündelung meiner Kräfte. Mann, er würde alles tun, damit wir wieder Freunde wären. Agent Kuo sammelte Informationen über die Bestie. Stadt über Stadt ging verloren, als sie die Küste runterwanderte. Sie nutzte ihre Kontakte, um ein kleines Boot in Beschlag zu nehmen. New Marais war abgeriegelt. Niemand durfte hinein. Wir mussten durch die Sümpfer reinkommen. Ich weiß nicht, wer schon mal jemanden verraten musste, verloren hat oder gescheitert ist. Diese Momente prägen uns. Sie treiben uns weiter, als man es je für möglich gehalten hat. Und verlangen von uns Entscheidungen, was es auch kosten hat. Das sind nochmal wahre Worte, die Cole da spricht. Solche Entscheidungen prägen uns im Leben definitiv auf jeden Fall. Solche Entscheidungen, solche Vorfälle. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach New Marais. Besties 1500 Meilen noch entfernt im Prinzip. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Schonfrist. Müssen gucken, dass wir in New Marais unsere Kräfte natürlich jetzt stärken. Und jetzt sehen wir auch mal, dass Cole Tattoos hat und so, Mann. Das ist voll die coole Sau. Ich mag Cole, auf jeden Fall. Weißt du, wenn du zu Wolf gehst, wird garantiert alles völlig... Schnell, mach die Toilette frei. Milizblockade. Wenn wir näher heranfahren, werden die uns versenken. Ich schätze, dann wird es langsam Zeit für meinen Auftritt. Warte mal, Mann. Hier ist er. Ist er schon fertig? Äh, ich hoffe es. Probier ihn aus. Ich werde mich mehr. Was ist was denn? Ich nenne es dich, Ähm. Fuckin' Ähm. Sehr gut, Sieg. Danke, Bruder. Viel Spaß da. Das wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Allerdings vor allem in deren Gesichter. Jawohl, wir haben also nicht mehr die Fäuste für den ersten Teil, sondern wir haben jetzt den Amp. Unsere Nahkampfwaffe. Ich muss mal ganz kurz schauen. Nein. Erstmal ganz kurz. Äh. Leicht? Nein. Wir spielen auf Mittel. Genau, das ist es nämlich. Cole Design. No. Gold Amp. Genau, das möchte ich nämlich. Weil ich hab die Hero Edition bekommen von dem Game. mit geiler Figur und alles. Was, äh? Cole Design. Ja. Möchte ich. Ja, end das ab, mein Gott. Ist doch nicht so schlimm. Wir haben noch nicht wirklich viel gemacht. Sehr, sehr gut. Also wir fangen mit negativen Karma an und haben einen verdammten Gold Amp. Der war eben in dieser Hero Edition mit dabei. Ich find den einfach nur extrem übertrieben. Deswegen nehm ich ihn. So, gucken wir mal. An den Sümpfen angekommen. Fuckin' Milizblockade. Die machen wir jetzt erstmal ganz Rambo-Style weg, würd ich sagen. Also. Wo sind denn bloß alle? Gute Frage. Reingehen, explosive Pfeile verschießen. Ja, super. Super. Upa. What? Wo? In deinem Popo, hab ich recht. Jetzt rappt euch doch mal, Leute. Ah. Ha, ha, ha. Hey, leg ein bisschen was für mich drauf, Mann. Rechne mit mehr Widerstand. Die Miliz kontrolliert ein- und ausfahrten in Umeray. Wie konnten sie ihre Stadt diesen Provinz-Erschen überlassen? Menschen handeln komisch, wenn die Angst haben. Zack. Oh, fuck. Wunderbar. Paul, vielleicht könntest du mit etwas Energie die Brücke senken. Besser als schwimmen. Aber nicht überladen. Ein Feuer könnte den ganzen Ort in die Luft jagen. Hm. Ah, stimmt. Damit wären alle auf einmal erledigt. Genau, auch die Frauen und Kinder und Tiere. Okay. Du weißt, was das heißt. Mehr Dörrfleisch für uns. Ah. Hätten wir also schon die erste Karma-Entscheidung im Prinzip. Ja, ich glaube, ich überlade ihn natürlich. Ich gehe auf negatives Karma, ist ja klar. Komm schon. Ich hoffe, ja. In your face. Mit euren Hausschweinen und Dodos. Ha. Wiebel, oder? Getötet. Knallt einfach mal da, wo er ist. Man gewöhnt sich dran. Wenn du die Leute heilst, sind sie auf deiner Seite. Ich weiß. Aber nur, wenn du ihre Häuser nicht in die Luft jagst. Dafür ist es zu spät, mein Freund. Das ist mir also nö. Oh, what the fuck? Da ist doch gerade auf dem Radar. Da ist doch jemand. Oh. Ah, zack. Meine heiligen Heilungsschuhe. Komm schon. Ich trete dich gesund. Kein Thema. Jesus. Es macht so Spaß, einfach nur ein Arsch zu sein in dem Game. Wirklich. Ah, du bist schon tot. Na gut, okay. Von mir aus. Negatives Karma für mich. Ah, Mist. Aber die Rockets können wir gerade noch nicht machen. Die werden wir aber auch noch in absehbare Zeit kriegen. So. Wunderbar. Oh, ja. Ist klar. Wow, wow, wow. What? Hier ist es heftig am Knallen. Bam. Wow. Ich habe ein scheiß Schiff versenkt. Werde ich schon tun. Keine Angst, werde ich tun. Er ist ein Weichen her, seit ich den Teils gespielt habe. Deswegen, also ich bin auch nicht mehr 100% drin. Aber das kriegen wir schon hin, auf jeden Fall. So, da vorne ist auf jeden Fall unser Ziel, wo wir hin müssen. Über diese sicher aussehenden Planken. Ist ja auch so gut, dass ich schwimmen kann. Mit meiner fucking Stachelrochen-Elektrohaut. Ja. Problem erledigt. Springen kann man natürlich, kann er natürlich immer noch genauso genial wie im ersten Teil. Oh, hi. Okay. Ah, fickt. Ich bin jetzt schon gelangweilt. Ich bin jetzt schon gelangweilt. Oh. Holy crap. Den habe ich nicht gesehen. Ohne Scheiß mal. Was ist falsch bei euch? Warte mal. Oder so. Kein Blick. Der hat doch auch fucking Explosives um sich rumstehen. Der Volltrottel. Na gut, aber dann halt auch so. Mit Granate geht es natürlich auch. Granate ist immer eine Alternative. Wupp, wupp, wupp. Okay, jawoll. So macht es Laune. Ich liebe dieses Über-Über-Dinger-Sliden. Ist einfach so genial. Fand ich im ersten Teil schon so geil. Finde ich immer noch geil. Wer baut solche Rohre? Aber gut. Ich frag dich weiter. Sie helfen mir weiter und das ist alles, was zählt. Das hat aber sowas von nicht kommen sehen, der Kerl. Die aber auch nicht. Ich bin voll der Ninja, Mann. Ninja! Headbutt. Oh yeah. Weiter geht's in Richtung Weißer Punkt. Oh yeah. Klingt nach einem Plan. Dann bewegt euren Hintern erstmal. Nach Numeray durchbrechen. Haben wir geschafft. Sehr, sehr gut. Damals, als sie noch ein kleines Mädchen war. Ja, ich weiß, Sieg. Ja, ja. Ich erinnere mich an Numeray. Ich kam vor vier Jahren näherher und lernte zu klettern. Nach der Flut war die Hälfte der Häuser verlassen. Es war einfach perfekt für Klettertouren. Mann. Sogar Sieg versuchte es. Oh, das war toll. In jeder anderen Stadt hat man zehn Minuten zum Klettern, bis die Polizei auftaucht. Aber hier? Mann. Hatte die Polizei genug anderes zu tun? Es gab kein Gesetz. Alles war dränkig. Und bis auf die Krater war das ein Paradies. Aber das war mal. Jetzt trennen hier diese Arschlöcher herum, die jeden Mustang und Artartige fertig machen wollen. Die Luft ist dick. Die Leute hier explodieren bald. Und in dieser Ruine einer Stadt liegt der Schlüssel für die Verstärkung meiner Kräfte. Diese Schweine werden sich mir in den Weg stellen. Wollen mich töten, um ihre Stadt sauber zu halten. Kommt nur her. Don't fuck with the gold. Sieg, wenn es Probleme gibt, schaffst du das Schiff weg. Alles klar, Frau Kommissar. Na, glaubst du, es wird Ärger geben? Was sieg. Die ganze Stadt wird in Alarmbereitschaft sein, dank deiner Nummer im Sumpf. Hast dich aber nicht beschwert, als ich das Schiff heil durchgebracht habe. Weißt du was, Cole? Du hast so viele Kräfte. Setze sie nächstes Mal klug ein. Und vergiss nicht, was es heißt, Mensch zu sein. Ich bin kein Mensch. Oder? Jetzt nicht mehr. Du verstehst nicht, wie das ist, aber du hast recht. Ich habe diese Kräfte. Und ich nutze sie. Gut. Gut. Vergessen wir es einfach und machen weiter. Aber erwähnst du das bitte nicht, wenn ich dich zu Wolf bringe? Das wäre peinlich. Ja, ja. Ist ja gut. Dr. Wolf, ich bin wieder in der Stadt. Gut. Leute. Sehr gut. Ja. Nur leider habe ich schlechte Nachrichten. Oh, war das jetzt? Ja. Die Miliz hat nur heute Morgen mein Labor durchsucht und den Explosionskern entdeckt. Nein. Bleiben Sie im Labor. Wir gehen über den Westposten und versuchen ihn zurückzuholen. Das ist Bullshit, Mann. Genau deswegen, wegen was wir hier sind, hat er nicht mehr. Es ist voll kacke. Naja, gut. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sind in Newberry erfolgreich angekommen. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir, ob wir den Explosionskern zurückholen können, unsere Kräfte zu verstärken, um dann irgendwann, irgendwann in absehbarer Zeit der Bessie gegenüberzustehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin.